Wie funktioniert das alles? Tja, das müssen wir wohl unterwegs rausnehmen. Mal sehen, was passiert. Ach Gott, das Teil wurde von mir weggeschoben. Sein Schatten auch. Versuchen wir das. Rüber mit dir. Ich weiß, was passiert. Die Schatten passen zu den Landbildern. Okay, ich muss sie alle ausrichten. Wie ist das? Okay, jetzt? Und jetzt? Ich glaube, das war's. Geschafft. Sie ist offen. Das war ein Platz. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hier ist es. Vielen Dank.